Hallo, wir sind Lena und Florian, Teil des Patenschaftsprogramms der Ioannita Academy. Wir suchen euch als Ehrenamtliche für die Begleitung von Geflüchteten in Leipzig. Und zwar kann das gemeinsame Freizeitangebote beinhalten, den sprachlichen Austausch, den kulturellen Austausch auf Augenhöhe oder auch die Unterstützung bei bürokratischen Anliegen. Im Grunde ist es ganz einfach. Wenn ihr helfen wollt, dann meldet euch bei uns. Und wir vereinbaren mit euch Kenner ein Gespräch, um herauszufinden, worauf ihr Lust habt und erklären euch ganz in Ruhe das Programm. Im Anschluss würden wir euch die Person anonym am Telefon vorstellen und ihr habt dann die Möglichkeit zu entscheiden, möchte ich sie kennenlernen oder auch nicht. Wenn ihr dem Vorschlag zustimmt, dann würden wir euch matchen. Und dann gibt es das erste Treffen bei uns im Büro. Ab dann könnt ihr eure Patenschaft alleine gestalten. Wir sind aber die ganze Zeit für euch da, unterstützen euch und begleiten euch. Wenn ihr weitere Informationen wünscht, schaut gerne auf unsere Homepage paten-leipzig.de und wir würden uns unglaublich freuen, wenn ihr euch bei uns melden würdet. Und dann 연�schen! Veranket die